ja ich bin wie immer noch Serax und herzlich Willkommen zu einem weiteren Wunderschul-Part ja ich hoffe ihr kommt klar dass jetzt ab sofort jedes LP mit Facecam ist ich kann mir diesen springenden Viecher nicht klar oh my god oh my god das hat funktioniert richtig was Junge W soundtrack Danke 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 für diese geile Initiative Meine Fresse Dann halt vom Haus oder von von der kathedrale ist weder Scheißegal Wenn ich vermute dass dieser Arschvogel im Wald ist. Dass der sich irgendwo da ähm, keine Ahnung, versteckt hat. Hi. Hi. Ja, natürlich. Bam, bam. Hi. Na, wie jetzt, Kollege? Hä? Ha! Warte mal, wo bin ich jetzt? Ich will zum Dorf. Fick dich, Bitch. Fick dich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht du auch noch. Hallo, was soll der Scheiß? Sag mal. So ein blöder Arschfick. Ähm. Und was ist hier passiert? Warum ist hier die Musik nicht verändert? Egal. Wie dem auch. Sein letztes Mal hat sich ja da noch Vogel aus dem Staub gemacht. Den wir da gefunden haben. So, gib mir Herzchen. Herzlich. Hi. Sagst du immer noch das gleiche? Ja, du sagst immer noch das gleiche. Furchtbar. So, jetzt gehen wir mal in den Wald. Wo der Slenderman hockt. Der Slenderman. Wald, wo ist dein Eingang? Ach man, ich möchte doch nicht diese Arschsoldaten hier haben. Da gehe ich lieber unten lang. Bam, 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 bam. Ja, natürlich. Junge, verpiss dich. Ansonsten gibt es eine auf die Eier. Haut dir aufs Ei. Ja, natürlich muss er noch ein zweiter sein. Weil das ja so lustig ist. Hi. Fick dich, Bitch. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. So, irgendwo muss jetzt dieser Zwiebelschreck von Vogel sein. Fick dich, Junge. Ha. Wohl bekommst. Vielleicht sitzt er dabei. Oh nein, du Nutte. Oh. Mann, so eine blöde Bitch. Wehe dir, wehe dir. Freundchen, verpiss dich. Verpiss dich. Mit sowas bin ich echt nicht gut Kirschen essen. So, ich brauche wahrscheinlich die Pfeile habe ich nicht. Ich habe so eine Ahnung. Ich muss wieder mit dieser komischen Pfeife rumpfeifen. What the fuck? Wann mal, damit kann ich jetzt einiges machen. Wann mal, ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade schwer am überlegen. Wann mal, ich soll jetzt da runter. So sieben, oder? Ja, leck dich. So. Stimmt, das war ja der Scheiß. Wann, muss ich den Scheiß wieder machen? Ich muss da wieder Wasser reinfüllen, oder was? Rechts war es. Lass mich in Ruhe, Freundchen. Ah, stimmt. Ich brauche die Paddeln, habe ich ganz vergessen. Dafür habe ich diesen Scheißwugel aber jetzt gefunden. Aber ich bin jetzt zu faul, deswegen. Ja, super. So. Da. Zum Haus der lieben Hexe. Die Paddeln, die, ähm, die bekommt man anscheinend da rechts, ja. Nein. Nein. Lass den Scheißwugel in Ruhe. Fick dich. Lass mich in Ruhe, Freundchen. Lass mich in Ruhe. Junge. Raff dich. Lass mich. So, jetzt da irgendwie, wo ganz viele Zoras leben, oder was? Ah, hier. Oh, nein. Das sind die Wasserklömpfe. Ja, viel Spaß, Serax. Ah, wo geht's hier jetzt lang? Was bist du? Junge, du kriegst jetzt die... Sowas von. Was ist hier? Hä? Nein, nicht pfeifen. Lass es. Äh, was muss ich jetzt hier machen? Hallo. Ich glaube, man muss da Geld reinwerfen, hat da... ...der Ole Chris gesagt, ähm. Die wirft bei Geld rein. Hilfe! Das ist doch der große Wasserfeuer, oder was? Was? Oh, Junge. Lass mich in Ruhe. Ja, verpiss dich. Irgendwas mit Geld reinwerfen war das. Wie wirf mein Geld rein? Mit Serax. Ich bin zu dumm, um Geld reinzuwerfen. Mann, oh. Was mach ich falsch? Ja, sprinck ins Wasser. Ein Herzteil. Oh, Junge. So. Oh, ho, ho, ho. Weggesmasht. Was ist das denn? Halt die Fresse, Junge. Junge. Verpiss dich. Auf jeden Fall brauche ich diese Parten, in Anführungszeichen. Ich muss irgendwie zum Wasserfall kommen. Aber ich war doch zum Wasser. Ich war doch beim Wasserfall. Das war doch der, oder? Da waren sogar gleich zwei Wasserfälle. Hä? Ich rass nicht. Nee, nee. Das war... Oh, mein Gott. Was willst du, du kleiner Mann? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, indem du mich in Ruhe lässt. Bin nur zu Besuch. Die Flossen, ja. Ich habe nichts zu verschenken. Fünf Flossen kosten 500 Rubin in das Aar. Du Arschloch, du Blödes. Willst du sie haben? Ho, ho. Hier, deine Flossen. Außerdem bestätig dir, so was Wasserliegen zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Traurig, die Stuhlein. Wo du dann allerdings lang bist, musst du selbst herausfinden. Ha, 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 ha. Du bist ja ein witziges Vieh. Du hast so was Flossen gekauft. Damit kannst du sogar in tiefen Gewässer schwimmen. Ho, ho. Ah, nur die Steuerung ist... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott ist die Steuerung scheiße. So. Nein. Okay, wir haben jetzt die Flossen. Ah, hi, 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 hi. Nein, lass mich in Ruhe. Vogel, komm her. Rette mich. Oh, du scheiß Vogel, du. Ich mag dich nicht. Also sind das anscheinend die Arschloch-Soras. Ich hab immer gedacht, das wären diese schießenden Viecher. Die anderen schießenden Viecher. Ihr wisst schon, die hier am Land sind. Aber wir müssen bei einem vorbeikommen. Nicht du Hohenkrappe, ey. Verpiss dich, Junge. Ich hasse die Hohenkrappe wie die Pest. Junge. Was ist da? Nein, Sirax. Du kannst nicht Wasserfälle hoch. Ja, ich hab gedacht, das wären Sora. Also sind das die Wasserklumpfe. Von denen es auch schon im ersten Teil welche gibt. Die aber nicht nett sind. Okay, so weit, so gut. Ja, natürlich, spinnst du. Komm her, du scheiß Vogel. Danke. Warte mal. Wo war nochmal das? Runter mit dir. So. Denn wir können jetzt schwimmen. Weil das so löstig ist. Moment mal. Wir müssen jetzt zuerst das Wasser wieder reinpumpen. Weil diese Scheiße wieder so Scheiße ist. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. Yeah! Ich zieh einen grauen Dildo aus der Wand. Hey! Ich zieh einen grauen Dildo aus der Wand. Cool. Passt auf. Junge. Siehst du, jetzt kriegst du das Schwert hinten rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verpiss dich. Verpiss dich. Du bist aber doof. Lalalala. So ein doofus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse Kren. Ich hasse Kren. Ich hasse sie wie die... Ich... Was? Hallo? Ja, Leute. Ich werde hier von Kren penetriert. Ganz cool. Zum Glück hatte ich so viele Rubine, ey. Weil ich so viele... Weil ich so viele... eins aufs Maul gebe, immer. Oh. Oh. Muss ich jetzt hochlaufen, oder was? Und warte mal, ich muss jetzt... Leck mich, Mann. Leck mich, Mann. Mann, jetzt muss ich wieder da hochlaufen und da runterlaufen. Meine Fresse, was ist denn das? Junge, fickt euch doch einfach mal! Mann! Ich hasse dieses Gepiepse wie die Pest. Ja, piep, 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 piep. Habe ich fast vermisst, dieses wunderschöne Gepiepse, nicht? Ich fick die Welt zusammen. Ich fick alles! Ich bin ein Smoller Hodenling. Ich muss mich töten lassen. Meine Fresse. Was ist denn das, ey? So ein Junge. Ja, natürlich. Mann, du Scheißnutte! Ich hab's kommen sehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hier brauchen wir den wunderschönsten Hammer der Welt, ey. Aber ich bin immer nur in der Mitte. Okay, da ist gar nichts drin. Oh, ich bin schon wieder falsch abgebogen, ey. Was ein Abenteuer, ey. Was ein Abenteuer. Zum Feuchtwerden, schön, ey. So, wir gehen jetzt nur mit halbem Leben rein, weil wir cool sind. Das machen nur die coolen Leute. Das machen nur die, ich zieh einen grauen Dildo aus einer Wand. Junge. Ah, jetzt muss ich da schon wieder. Alter, ist das beschissen. Ja, jetzt machen wir es zum dritten Mal, weil wir richtig geil sind. Bäm, 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 bäm. Ja, tob dich aus, Junge. Ich weiß nicht, was mit dir falsch ist. Wie auch immer das Wasser immer verschwinden will. Dabei habe ich heute kein Knoblauch gegessen. Bäm, 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 bäm. Ja, Mann. Junge, habt ihr ein Problem? Habt ihr ein Problem? Yeah, Schwerter fechten. Ach, komm. Jetzt stirb doch mal und lass mich raus. Was bist du? Ein Fisch. Komm her, Fisch. Fischi. 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 Fischi, komm. Ja. Jetzt kommt drauf. An wem du hier. Was zu bieten hat man... Komm jetzt her, du scheiß Fisch. Hallo. Hallo. Ich will den Fisch täten. Ah, dann halt nicht. Leck mich. Ein Herzteil. War dein Herzteil? Egal. Scheiß drauf. Level 2. Darts-Sumpfballat, ey. Darts-Sumpfballat, ey. Wir haben schon mit Sarasala geredet. Sarasala. Viech. Mit dem Viech. Oh mein Gott, das kann jetzt lustig werden. Was sind das denn für Viecher? Keine besonder starken. Oh mein Gott, das sind die. Was ist... Oh nein. Was bist du denn? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Yeah. Ein Schlüssel. Ob ich meinen nicht benutzen kann, also wirklich. Meiner ist ein Generalschlüssel. Komm schon. Oh jei. Hier ist was versteckt. Ich muss gleich rein. Ich muss gleich rein. Lebe ich so lange? Lebe ich so lange? Alter. Oh. So, was ist denn da? Oh. Hi. Was? Was seid ihr denn? Rote Popel. Kommt wohl zum... Wenn ihr zu viel Nase popelt, habt ihr halt rote Popel. Das waren welche. Die Bombe war jetzt nötig. Ähm. Ich bin los jetzt über den Kummerang der Liebe. Vielleicht hilft er hier. Was? Nein. Dann hilft er halt nicht. WTF. WTF! Hallo! Ja, komm. Füßte mich. Töte mich. Ja, natürlich. Ich war so ein Insekt. Ein Herz. Ja. Hahaha. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich bin wie immer der Sirax. Haut rein. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.